Kann man Feuer mit Benzin löschen? Wohl eher nicht, aber genau das passiert gerade und das hat heute faktisch die EZB gesagt, wir wollen Feuer mit Benzin löschen und wir sehen jetzt eine Situation, die immer krasser wird, die immer extremer wird und genau diese Situation wollen wir uns mal anschauen. Heute das Highlight ja die EZB-Sitzung und die Frage war, wie schafft es die Europäische Notenbank, wie schafft es Madame Lagarde die Renditen nach unten zu kriegen? Da gab es einige Spekulationen. Wir erinnern uns, als Lagarde noch relativ am Anfang ihrer Amtszeit war, hat sie mal den Fehler gemacht und hat gesagt, ja wir sind doch nicht hier, um die Spreads kleiner zu machen, also die Risikoprämien, Differenzen zwischen etwa der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe, also zwischen soliden deutschen Staatsanleihen, wenn man so will, und etwa italienischen Staatsanleihen, die ein Ticken weniger solide sind. Das hat damals die Märkte ziemlich in Panik versetzt, also war jetzt die Aufgabe von Lagarde, die in Panik geratenen Märkte, siehe DAX Allzeithoch, jetzt ein bisschen zu beruhigen. Dementsprechend ist dann auch was gekommen und man hat sich gesagt, okay, wir wollen jetzt eben Feuer mit Benzin löschen, wir werden die Anleihekäufe erhöhen. Derzeit hat man ja so 60 Milliarden im Monat, die man kauft von den Staatsanleihen. Jetzt sollen es auf jeden Fall mehr als 60 Milliarden sein, aber weniger als 100 Milliarden, also nicht ganz eine Verdopplung im Maximalfall. Jedenfalls reagiert man da natürlich auf den Anstieg der Renditen und will sagen, Leute, so nicht, das wird so nicht passieren. Wir haben ja schon die Bank of Australia gehabt, die so agiert hat, wir haben Verbalintervention durch die Bank of Japan. Jetzt haben wir eine Notenbank, die zweitgrößte Notenbank der Welt, wenn man so will, die jetzt mit Aktionen voranschreitet. Die Fed sagt ja, es ist kein Problem und hat auch das Narrativ, das Lagarde hat, nämlich Inflation ist kein wirkliches Problem. Ist das wirklich so? Jedenfalls sehen wir, wie der Top-Ökonom Jörg Krämer von der Commerzbank sagt, dort der Chefvolkswirt, die Trainer hätten sich hier durchgesetzt. Denn faktisch ist es ja so, die EZB reagiert auf den Anstieg der Renditen und sagt, okay, wenn dem so ist, dann werden wir eben unsere Käufe erhöhen von Staatsanleihen. Das, so sagt Krämer, sei eine implizite Zinskurvenkontrolle, also eine implizite Yield-Curve-Control. Man sagt zwar nicht genau, wo die Deckelung der Renditen sein wird, sagt aber, okay, wir haben hier einen Anstieg der Renditen, also reagieren wir. Also erhöhen wir die Menge dessen, was wir hier an Anleihen kaufen und das ist etwas, was letztendlich natürlich immense Risiken birgt. Wir haben ja neulich schon gesehen, dass die Bundesbank gezwungen war, Rückstellungen zu bilden und dementsprechend das Geld nicht an den Bundeshaushalt abzuführen, weil man sagt, ja, wenn die Anleihekurse fallen sollten, entstehen uns Verluste. Jetzt erhöht man also nochmal das Volumen des QI, damit erhöht man auch die Risiken, die man in den Büchern hat und vor allem erhöht man damit ja letztendlich die Liquidität im System. Und das ist ja genau das, was sozusagen dazu führt, dass hier die Inflationsgefahren nicht abnehmen, sondern weiter zunehmen. Schauen wir uns mal hier zum Beispiel dann die Reaktion, weil hier die Rede war von Jörg Krämer, dass hier die italienische Notenbach sich durchgesetzt hatte, Panetta, der kürzlich schon gesagt hat, also müssen wir was machen bei der nächsten EZB-Sitzung und sieh da, es passierte also etwas und die Rendite der 10-jährigen italienischen Anleihe BTP ist dann von 0,65% gefallen auf 0,59%, hat sich da um- und beistabilisiert, aber schon eine große Bewegung, wie wir hier sehen, in relativ kurzer Zeit. Jetzt aber ist doch die Situation, das große Mantra der Notenbanken, ja, wir werden einen Anstieg der Inflation bekommen, schon aufgrund der Vergleichsmaßstäbe, des Basiseffekts. Letztes Jahr, März, April waren ja vor allem die Energiepreise gefallen, jetzt sind die Ölpreise vor allem ziemlich hoch und hier sehen wir mal die Geldmengenausweitung in der Eurozone, 12,5%, bei den Amerikanern 25%, wir hatten jetzt Inflationsdaten, die bei 0,9% in der Eurozone lagen, zwei Monate hintereinander, das ist natürlich nicht viel, aber jetzt ist doch das Problem mit dieser Geschichte temporärer Inflation, was machen die Notenbanken eigentlich? Sie haben alle Modelle und sie handeln nach diesen Modellen, aber es ist eben so, und das bringt hier zum Beispiel auch Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank und jetzt bei Flossbach von Storch, geht dich, der sagte, wir werden eine Inflation bekommen und diese Inflation ist nicht in den Griff zu kriegen. Warum nicht? Weil faktisch die Zinsen nicht angehoben werden können, aufgrund eben der massiven Verschuldung, sonst werden die Zinsen zu teuer. Also müssen die Notenbanken die Inflation zulassen, ohne die Zinsen anzuheben und das ist eine Entwertung von Geld, das ist faktisch eine Enteignung, die da stattfindet und genau das ist doch das Problem. Und das zweite Problem, das ich sehe, mit wem auch immer ich spreche, aus irgendwelchen Branchen, die sagen, unsere Lieferanten haben massiv die Preise erhöht, zwischen 6 und 20% durchschnittlich. So, jetzt ist es aber so, dass die EZB-Modelle natürlich sagen, ja, wir haben jetzt einen kurzen Anstieg der Inflation und dann geht das wieder zurück, aber diese Preisanhebungen, die werden nicht zurückgenommen. Das bleibt erstmal, das wird nicht nach zwei, drei Monaten wieder zurückgekegelt, sondern das sind Dinge, die mindestens ein halbes Jahr bleiben. Das heißt, diese ganzen Modelle sind wahrscheinlich für die Katz, weil eben die meisten Notenbänker nicht nah genug an der Wirtschaft sind, nicht wirklich mit den Leuten sprechen und zwar nicht mit den Dickfischen, irgendwelchen Konzernchefs vielleicht, sondern eben auch mit den kleinen Leuten, den Restaurantbetreibern, den, keine Ahnung, Bauern etc., mit wem auch immer. Jedenfalls kriegt man da viele Einblicke und das sind interessante Einblicke, die zeigen, nein, das wird nicht temporär sein. Wenn diese Geschichte mal anspringt, dann ist dieser Geist kaum mehr in die Flasche zu bringen, zumal eben das beste Mittel Zinsanhebungen gegen Inflation faktisch ja ausscheidet. Das ist das riesige Problem. Da haben wir dann auch zum Beispiel in Sachen Italien nochmal und Durchsetzung von Panetta bei dieser Entscheidung der EZB, auch wenn Lagarde eifrig betont hat, das war einstimmig die Entscheidung, sehen wir, dass der Bundesrechnungshof jetzt sagt, ja, dieser Wiederaufbaufonds ist ja faktisch eine Vergemeinschaftung von Schulden. That's it, lasst es uns doch klar benennen. Es ist eine Vergemeinschaftung von Schulden. Die Deutschen wissen das normalerweise aber leider gar nicht und das ist das große Problem, dass sie vielleicht selber oder ihre Kinder dann für die Schulden andere bezahlen müssen. Aber wir haben ja jetzt die größte Leuchte seit Erfindung der Dunkelkammer, das ist Marcel Fratscher, mein allerbester Freund, der sagt, die EZB wird ihr PEP-Anleihenkaufprogramm wohl ausweiten müssen und die EZB gibt der deutschen Kritik am expansiven Kurs nicht nach, denn Sorgen vor hoher Inflation sind unbegründet. Aha, der Marcel, der Marcel, der Marcello, das ist der Malan, sage Marcello. Wir sind stolz auf dich und wollen uns dieses Thema mal anschauen und da blicken wir mal zum Beispiel in die USA. Die Definition von Inflation ist ja eigentlich zu viel Geld bei gleichzeitig zu wenig Gütern, könnte man sagen. Und wir sehen jetzt, dass Billionen von Dollar ausgeschüttet werden an Menschen, die das in den USA überwiegend gar nicht brauchen. Es gibt viele, die es brauchen, gar keine Frage, aber viele werden es nicht brauchen. Und ich will Ihnen auch gleich zeigen, wieso. Denn es ist so, oder fangen wir erstmal an, was das bedeuten wird in Sachen Geldausschüttung, Geldmengenausweitung. Die amerikanische Regierung wird jetzt jede Stunde 879 Millionen Dollar ausgeben. Das entspricht 244.000 Dollar per Sekunde. Nicht schlecht, muss man sagen. Im Zweiten Weltkrieg war es noch ein bisschen mehr, aber sonst nie. Und da hat man ein bisschen am Panzer kaufen müssen, gell. Jetzt muss der Stimuluscheck kaufen. Hier sehen wir mal das Defizit praktisch der Amerikaners. Hier sehen wir eben die verschiedenen Stufen. Das Staatsdefizit 28 Billionen. Aber dazu kommen ja dann noch die Privatverschuldung, die Haushaltsverschuldung, die ganzen Verschuldungen der Bundesstaaten etc. Das sind natürlich gewaltige Maßstäbe. Und jetzt ist es eben so, dass wir faktisch nicht nur diese 1.400 Dollar sehen, sondern die Amerikaner pro Erwachsenen Amerikaner, sondern die Amerikaner kriegen auch noch gut Geld für ihre Kinder. Sodass da eine vierköpfige Familie durchaus mal so auf 10.000 Dollar kommen kann, wenn es gut läuft. Mit solchen Stimulus-Shakes. Und das in einer Situation, wo die meisten Amerikaner sagen, nämlich 53 Prozent, also ich stehe jetzt nicht schlechter da als vor der Corona-Krise, vielleicht auch nicht besser, also eher unverändert. Es hat sich nichts geändert für mich. Und inzwischen sagen 23 Prozent sogar, es geht mir besser als vor der Corona-Krise. Und nur 22 Prozent sagen, es geht mir schlechter als vor der Corona-Krise. Woran liegt das? Nun, die Aktienmärkte sind gestiegen und die Immobilienpreise sind gestiegen. Das heißt, Immobilienbesitzer und Aktienbesitzer, deren Vermögen ist natürlich gestiegen. Dementsprechend sind die dann oft im Homeoffice, müssen also nicht normal da ins Büro fahren, nervigerweise in die Menschenmassen eintauchen. Nein, das ist nicht nötig, sondern man sitzt schön zu Hause und gleichzeitig kommt das gleiche Gehalt wie zuvor auch. Für sehr viele, für andere gilt das nicht, gerade im Niedriglohnsektor, aber für viele gilt das. Und gleichzeitig steigen eben die Aktien und die Immobilien. Und jetzt kommt noch ein Stimulus-Check drauf. Den kriegen ja sozusagen Paare, die weniger als 160.000 Dollar insgesamt im Jahr verdienen. Und wir sehen bei den Suchanfragen auf Google, dass das Thema Inflation durchaus immer mehr gegoogelt wird. Also die Leute sehen da vielleicht schon einen Punkt. Und wir sehen, dass zwischenzeitlich ja die Renditen für Staatsanleihen zurückgegangen sind. Gestern nach der Auktion der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Heute auch eben der Rendite-Rückgang. Zunächst mal bei den Staatsanleihen in der Eurozone und dann auch bei der US-Anleihe dort allerdings weniger. Und dann sind die Renditen auch wieder ein bisschen gestiegen, weil eben dieses ganze Anleihekaufprogramm der EZB jetzt nicht sehr flexibel agiert, sondern nur quartalsweise hier getrimmt wird, sozusagen angepasst wird. Also das ist jetzt kein schnelles Steuerungsinstrument. Jedenfalls sehen wir, dass trotz dieser gesunkenen Renditen die 5-Year-Break-Even-Rate ein neues Hoch erreicht mit 2,52%. Also die Inflationserwartungen sind das in den nächsten 5 Jahren oder die 5 Jahre, die dann kommen, schwierige Geschichte. Sei es drum auf jeden Fall die Inflationserwartungen, um dies einmal direkt zu sagen, sind nicht gefallen, erstaunlicherweise. Und jetzt kommen wir nochmal zu die Aktienmärkte und sehen hier, wir haben heute neue Allzeithochs im S&P 500, im Dov-Jones und im Russell 2000. Der Nasdaq heute zwar der stärkste Index, aber doch relativ weit noch von seinem Allzeithoch entfernt. Hier sehen wir diesen Aufwärts-Trendkanal, 3,950, 3,950 Punkte war das Allzeithoch. Oben wäre jetzt die Trendkanalbegrenzung 4,024. Da könnte er hinlaufen oder bilden wir einen Doppeltop, großes Fragezeichen. In Fall sehen wir, dass der Breath, also die Marktbreite jetzt derzeit wieder sehr gut ist bei den NYSE Stocks, also bei den Aktien, die an der New York Stock Exchange gehandelt wird, die 52 Wochen hoch sind jetzt sehr hoch. Also wir haben weit über 20 Prozent, die jetzt der Aktien, die an den NYSE gehandelt werden, die einen 52 Wochen hoch haben. Also den höchsten Stand seit einem Jahr, wenn man so will. Das ist der höchste Stand seit 2016. Und dann abschließend noch zum Thema Impfstoff. Heute ja die Meldung, dass Dänemark erstmal die Impfungen mit AstraZeneca aussetzen wird. Und ich war heute beneidenswerterweise beim Zahnarzt, da hat mir die Ärztin gesagt, also bei uns haben sich zwei Kolleginnen, die Zahnärztin gesagt, zwei Kolleginnen impfen lassen. Die liegen seit zwei Tagen flach. Eben aufgrund der Nebenwirkungen hört man immer mehr, dass das gar nicht ohne ist, was da bei AstraZeneca passiert. Anderswohl als bei BioNTech-Pfizer, da bisher wenig Nebenwirkungen bekannt. Hier Blutgerinnsel soll das Problem sein, ist noch ein bisschen umstritten. Aber nicht umstritten ist, dass die Leute durchaus merken, dass sie da geimpft wurden, wenn sie mit AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden. Und das sind derzeit die meisten Impfungen, die passieren. Und apropos BioNTech-Pfizer, wir haben heute die Aussage von C. Donald, wie lange durfte ich diesen Namen nicht mehr sagen, dass die Amerikaner wohl probably would never had a Covid-19-Vaccine. Also die Amerikaner hätten keinen Impfstoff ohne Präsident Trump, hat er recht. Ich glaube, jetzt ein bisschen weniger, okay. Pfizer war so schlau und hat eine Kooperation ja mit BioNTech eingegangen. Und faktisch ist der Erfinder dieses mRNA-Impfstoffs ja BioNTech, deutsche Firma. Das ist in den USA ja immer und vor allem von Trump nie wirklich erwähnt worden, dass das ein deutscher Impfstoff ist, gell. Ich will jetzt nicht patriotisch werden, aber vielleicht einmal bei der Wahrheit bleiben und sagen, Leute, wahrscheinlich hätten wir einen Impfstoff gehabt, der auch ohne Donald Trump, aber wir hätten vielleicht auch das eine oder andere Problem nicht gehabt ohne Trump. Ne, sind wir doch einmal ehrlich, gell. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao. In der Überzeugung, Feuer kann man mit Benzin unbedingt löschen. Servus.